Einfach herrlich, so neben der Piste chillen zu können, wie zu Hause im Wohnzimmer, sich auszuruhen, zu entspannen, die Sonne genießen, die Sphäre genießen und einfach die Ski-Atmosphäre rundherum herrlich. Also so eine geniale Idee, neben der Piste, mitten im Wohnzimmer sitzen, coole Sofas, geiler Lounge-Sound, kalte Getränke, also was will man mehr? Schnee, Sonne und im Wohnzimmer sitzen. Traumhaft, Prost! Musik 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 Vielen Dank.